hallo und herzlich willkommen zurück so let's play the forest irgendwie dieses outfit was wir anhaben gefällt mir nicht bademantel und bademantel hose weiße t-shirts und schwarze jeans alter herrenanzug wolfs t-shirt harnfarben jeans und rote bini und graus hoodie und kaki jeans ich würde das anziehen sieht warm aus so und wir wollen oben noch ein bisschen weiter planen so wenn wir jetzt mal nach oben gehen können so wir die planung da ein bisschen vorantreiben beziehungsweise den aufbau so jetzt sind wir hier drauf und müssen da hinten hin und den tun zumindest fertig machen so ganz vorsichtig hier entlang ich glaube wir machen mal den hier weg wir dann zumindest nur so am laufen sind denn hier auf der base wird uns definitiv keiner der mutanten ankommen hoffe ich mal dann gehen wir wieder mal auf dem baumenü nein nicht lagerung scheiß bauen eigener boden genau hat man wenn wir nein das ist nicht das was wir wollen dann machen wir doch mal so dass wir hier und hier bis dahin haben wir nicht und schon ob doch an hatte da war es und schon da musst du doch andocken doch der ist hier an nee da war es doch ja dann müsste der hier andocken ähm ne das ist zu weit müsste ich hier doch irgendwo andocken können ne das ist zu weit was passiert wenn wir jetzt und eben machen gar nichts ja okay dann würde ich sagen machen wir hier irgendwo irgendwie nicht unterfallen muss doch jetzt irgendwie mal funktionieren hallo muss doch irgendwo funktionieren hallo ja warum funktionierst du nicht und doch an digga noch nicht sein da musste ah hier ne doch nicht ja 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 okay hier funktioniert's warum willst du hier nicht da war eben kurz was warte ich verraschen wenn ich jetzt runter falle warum wieder dahin verstehe ich jetzt nicht ich ja warum Warum will er nur bis hier hin? Das verstehe ich hier gar nicht jetzt. Aber egal. Dann ist es halt so. Dann ist es halt so. So. Das ist noch frisch. Jetzt können wir eben noch runter und essen gehen. Achso, ich wollte ja für euch hier in den Einstellungen ja, die Farbe hier mal auf lila jetzt mal machen. So. So. Damit ihr entscheiden könnt, was besser aussieht. So, trinken müssen wir gleich auch noch. So, für oben sind wir auch schon bei 84 Holz. Und jetzt haben wir Durst. So. Und wieder nach oben. Du weißt, wir können schon mal die ersten sieben da anbauen. So sieht das übrigens in lila aus. Beziehungsweise eher so. Jetzt müssen wir was trinken. Digga, was passiert mit meinem Wasser? Es verschwindet. Okay, hier ist noch grün. Warum auch immer da noch grün ist, aber da vorne ist wieder lila. Warum ist da hinten noch grün? Das, was wir ja gerade gebaut haben. Ja, aber so habt ihr das schon mal zumindest als Vergleich, wie das dann aussieht. So, das ist der letzte. Na, das wird eine Herausforderung hier jetzt. So, wieder eigenen Boden. Also, ich will das nicht über das komplette Ding hier haben. Ach, da war's. Da hat er angehackt. Ja. Dann hier. Hier hakt er noch vernünftig ein. Und da. Ja, okay. Ich glaube, wenn wir die Festung da hinten bauen, werden wir definitiv besser planen. Als hier jetzt. So, da müssen wir jetzt. Nein. So. Dann hier. Hallo. Da. Müssen wir jetzt da rüber. Das wird. Das wird. Das wird. Ja, das wird. Der sieht nicer aus. So. Entschuldigung. Dann müssen wir den hier jetzt noch planen. Ich will nicht das komplette Ding hier haben. Genau. Ich will hier. Bis nach da hinten hin. So. Ja. Dann soll das hier hin. Boah, der hier ist perfekt. Hauptgebäude ist perfekt geworden. Warte mal. So. Genau da wollen wir hin. Dann bis hier hin. Da war es doch gerade. Da. Ja. Ja. machen wir so. Okay. Okay, der ist auch gut geworden. Wir werden besser drin. Nee, das wollen wir nicht. Dann hier. Hier. Genau. Bis hier hin. und hier. Und dann ist das hier jetzt der letzte. Allein vom Boden her. Warum macht er das? Warum macht er das? Warum macht er das? Warum macht er das jetzt hier so? Warum? Komm. Komm schon. Da ist doch irgendwo. Hallo. So. Da brauchen wir noch. Nee. Hier wollen wir keine eigene Wand. Sondern da vorne. Ein Turm. Jo. Dann hier auch noch mal. Komm. Wir machen einmal so drumherum. Oder müssen wir einmal... Nein. Nicht runterfallen. Okay. Den müssen wir einmal entfernen. Der muss weg. Der muss weg. Der hier muss weg. Nicht runterfallen. Dann muss... Hier. Hä? Achso. Hier. Okay. Da hat er... Ganz komisch gebaut. Aber naja. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch. Wir wollen hier das dann. Ja. So. Ah. Er will nicht. Ja. Na, dann machen wir so. Müssen wir den hier noch entfernen. Ja. Der hier muss weg. Der hier muss weg. Und der... Jo. Jetzt darf ich wieder da hinten rum. Jo. Aber gut, dass wir nach innen gefallen sind und nicht nach außen. Und hier muss auch noch mal sowas hin. Ja. 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 Jetzt haben wir's. Ja. Der muss aber mal geändert werden. Nee. Der muss... Von... Hier fängt er an. Okay. Dann muss der... Bis hier hin. So. Muss der hier weg. Der muss weg. Und hier auch noch mal. Eine. Ja. 500 Baumstämme. 500 Baumstämme. 500 Baumstämme. So. Der darf weg. Na, das wird auf jeden Fall ein Mammutprojekt. Hier machen wir das auch schon mal so. Aber... Hier machen wir das auch schon mal so. Ab hier... Oder... Ab hier besser... Ne? Ab hier... Machen wir... Den auch weg. Den wieder weg. Weil der soll ja eine Terrasse kriegen. Der hier kommt weg. Und der. Und der. Die beiden bleiben. Den müssen wir kürzen. Ist so es. Nee. So. Nichts runterfallen. Nichts runterfallen. Nichts runterfallen. So. Komm. Komm. Ja. Ein bisschen noch. So. Und der hier. Darf noch weg. Der darf noch weg. Und da dürfen wir noch nachbauen. Nachjustieren. Oh nein. Wir wollen das so machen. Nichts runterfallen. Ich habe immer wieder Angst hier runterzufallen. So. 541 Baumstämme werden wir hierfür brauchen. Wenn das hier fertig sein soll. Ja. Da werden wir noch einen reinen Spaß mit haben. Aber, wie das weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, ich bin's. 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 Ich bin's.